Willkommen zurück, hier in der Division. Noch zwei Missionen, bevor wir das erste Gebiet geschafft haben. Wir arbeiten uns immer weiter voran und werden irgendwann mal die nächste Hauptmission angehen. Wenn wir das Gebiet hier fertig haben, werde ich auch mal gucken, was wir für Waffen gefunden haben. Was ich so bauen kann. Was ich so bauen kann. Wenn ich gehe, bin ich tot. Scheiße. Wir arbeiten uns immer einen Schritt weiter. Hier bin ich gestorben. Ich gehe mit einer Handfeuerwaffe auf den Elite gegen einen oder was. Mit meinem Schild. Da hat es kein Schild in der Hand. Doch. 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 Irgendwo gibt es hier ein Haus, wo man nach oben kann. Cool. Da gibt es Sachen. Oh mein Gott. Wenn es dann zu schwer wird, dann gehe ich wieder raus. Ja. Ja. Das ist zwei Level unterschiedlich. Mit dem ja. Das geht schon. Wir waren eh schon in diesem Gebäude drin da vorne. In einer anderen Folge. Da brauche ich mich dann nicht unbedingt reingehen. Warnung. Kontaminierte Vorräte entdeckt. Ach. Die Mission hatten wir auch schon gemacht. Alarm. Hat Terminationsgeld eingeleitet? Ich habe einen. Ich habe einen. Schau. M44 Charabiner. Klassik. Blau. Nice. So in den Trunk kommen nur blaue Sachen heraus. Genau. Na ja. Der hat die größeren. Die kleinen. Die beidenятten. Die grünen sind. Ja. Ich meine nicht so. Hier ist noch eine Kiste. Und ich bin eine Kleine. Oben oder was? Kannst noch Schränke looten und vermodden? Alarm! Kontaminations-Scan eingeleitet! Geht nochmal hoch, ne? So schön! Wir hatten ja leider schon alles gelootet hier! Milton, aktivierst du eigentlich schon die ganze Zeit die Viren-Scan? Beim letzten stehe ich oben! Danach geht es ja noch weiter! Ich hatte das hier schon alles gelootet! Alleine mal! Die Mission hatte ich schon gemacht! Nur noch Schränke! Ich hab was Pinkes und du nicht! Das ist doch unten im Vibe! Nee, der schrank nicht auf! Hä? Guck mal, das sind doch gar keine kurzen Haare bei der Frau hier! Ja, meine Frauen hatten alle nur kurze Haare zum Auswählen! Kann ja nicht sein hier! Nee, nee, das ist eine mit dem Pferdeschwanz! Das ist die letzte Form gewesen, glaube ich! Du musst halt mit dem Kopf bewegen, ja! Alarm! Kontaminations-Scan eingeleitet! Egal! Der nächste Charakter! Mhm, wir müssen ja eh noch eins spielen im Einzelnen, ne? Er hat ja schon 30 Euro zusammen! Ja! Mit der Kleidung! Ja? Oh, ich muss nur in Skins gucken, Alter! Die Mission hatten wir auch ne Beda schon gemacht! Völlig irre! Die Typen! Gäste! Kontaminations-Scan abgeschlossen! Daten auf GTF-S rüber geladen! Grosig! Die hatte ich leider auch schon! So! Deine MP! Dort gehen wir mal ein bisschen schocken! Ah, dann gehen wir mal ein bisschen zum Blauen hin! Dann das Gebiet abgeben und dann haben wir das erste Gebiet fertig! Und dann können wir ja erstmal zurückgehen! Achso! Ähm! Wir möchten eigentlich als nächstes dann die blaue Mission machen, ne? Weil wir müssen für dich ja dann diesen Flügel freischalten, den Blauen! Wenn du das mit den Kopfschuss-Munitionen haben willst! Ja, erstmal machen wir den jetzt! Ähm! Ähm! Lag das Buch da oben, oder? Ne, das ist da vorne! Hier vorne gibt's auch mein Handy eigentlich! Das ist, das ist kein Handy, das ist dieses Überlebenshandbuch! Ja, oder das, aber das kann ich nicht sehen! Das hatte ich schon! So ne Sache, halt, was man finden muss auf der Karte! Die ist auf der Minikarte, dieses... Warum kann ich nicht runterhüpfen? Achso! Da! Sowas, was machst du? Nichts! Äh, schau dir nur kurz! Irgendwo hier in den Hinterhöfen waren! War noch ne Kiste! Naja... Kiste? Ja! Das war ne andere Straße, aber ich dächt' das war hier! Das Handy hier habt ihr, ne? Wo ich steh' Ich glaub' nicht! emerg' nicht. Echt! Dein Dein Euch Stimmt, hier, ach genau, das ist ein Buch Das habe ich auch noch nicht Und das ist nämlich in diesem Gebäude drin Da habe ich das doch schon, ne, das war da oben Ne, hier ist das Ne, oder doch, achso, ich habe da schon Das war dann angezeigt, weil ihr das noch nicht habt Oh, die gibt es ja auch dann nicht In den kleinen Sachen ist meistens immer alles voll Ja, weil ich das nicht benutze, ist das alles voll Die ganze Zeit benutze ich mein Wasser So, wo müssen wir denn jetzt langlaufen, bitte? Zu welchen gehen wir jetzt? Zum Blauen, zum Blauen, ja Ich will das Fahrrad haben Ne, wisst ihr Das ist angeschlossen, Alter Der Geist ist weg Ja, dass ich den Soldaten-Skinning habe Äh, naja, den gibt es umsonst Wenn man, ähm, als anderes Spiel besitzt Ja, das ist alles so schnell Oh, deine Granate Oh, deine Granate Da ist nichts irgendwie Nichts Nichts Ah nichts Hatten wir wahrscheinlich schon gemacht diese Mission eigentlich, dann ging er mal wieder da Ah hier ne Mission? Ich glaube hier hatten wir ne Mission, wo wir Geisel mitfahren sollten Ja zum Anfang Ja da musst du noch ne Zivisten mitfahren Ich bin nicht sicher Ich bin nicht sicher Ich hatte einen Wettbewerb Ich bin nicht sicher Ich bin nicht sicher Oh, come on! Oh meine Tasche ist gleich voll. Muss mal alles auseinander bauen. Oh ein Handy. Hi, hab gehört was passiert ist. Wie geht's dir? Gut, denke ich. Aber ich bin total erledigt. Sie haben alles abgesperrt und uns alle in Quarantäne gesteckt. Ich, ja ich sitze gerade in einer Plastikblase. Ohne Quatsch. Oh mein, das ist verrückt. Was ist mit dir? Wie sieht's bei dir aus? Das ist meine erste Pause seit 6 Stunden. Ich hab Schokoriegel zum Frühstück gehabt. Aber ich sollte nicht wohl nicht beklagen. Da war eine Kiste hinter uns. Ja, die wird schon. Wird hier schön umbringen. Doch es ist keine Kiste, es ist so ein kleines Ding hier. Nein, das hier oben. Ja. Siehst du an der Karte, dass da ein Rucksack ist? Dann siehst du, dass das eine Kiste ist. Ah, ok. Sie wollen auf den Pfeifen drauf. Da geht nichts. Dann schieße auf den Scheiß. Auf die Pläge drauf. So, an dieser Stelle sage ich auch wieder. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch mal drauf noch runter. Wenn nöchtern liegt. Und tschüss. Los geht's da. Dann schieße auf die Pläge. Und dann schieße auf die Pläge. Und dann schieße auf die Pläge.